so also herzlich willkommen also wir können das jetzt hier vernünftig lösen zu sagen erwachsen oder es wird ihm schmerzhaft oder so das ding hier kann auch schmerzhaft sein also du gehst jetzt mit mir runter ich werde überhaupt nichts das ist klar zu diesem jeep und dann nehmen wir beide die bodenplatte raus die ist geladen versteht das irgendjemand von euch dann kannst du wieder deinen kaff zurück kindchen du hast sowieso geguckt das da ist eine luftpistole und außerdem zitterst du verstanden geladen ja den macken machen du schnitzel